Hallo, ich bin Clariel und heute mache ich ein cooles Video über mein Zimmer. Und wenn euch das Video gefällt, macht gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich finde mein Zimmer ja ganz hübsch, aber das haben meine Eltern für mich zusammengestellt. Diesmal habe ich mir aber allein Sachen ausgesucht und will sie mein Zimmer einbauen. Wie ich die Sachen eingekauft habe, zeige ich euch jetzt. Die sind ganz schön, wenn sie echt wären. Aber so sehen sie auch schön an. Vielleicht finde ich das hier ganz schön für mein Tischchen, mein Nachttischchen. Ich glaube, das nehme ich, wenn ich ein passendes Tischchen gefunden habe. Aber schon mal nehme ich das hier mit. Aber das Tischchen ist schön, weil ich weiß nicht, ob so ein großes Ding wirklich noch in meinem Zimmer sein soll. Und außerdem, oben bei mir ist es glaube ich schon zu groß. Also brauche ich so ein riesiges Ding nicht. Oh je, ich weiß nicht so recht. Ich mag nicht so Ecken mit. Vielleicht kriegen wir noch einen runden Tisch, anstatt so einen harten Eckchen. Sieht gut aus, aber irgendwie finde ich das Holz auch nicht so rutsch. Wow, ein riesiges Nachttisch für eine Dschungelparty. Ich weiß nicht, ob es für mein Zimmer ist. Oh, die finde ich ganz witzig. Nur die Frage ist, was tue ich da rein? Dieses Kissen ist nicht ganz schön. Das ist glaube ich gut für mein Zimmer. Da kann ich nicht so gut sehen. Oh mein Gott, was ist denn das? Einmal... Das finde ich schön. Das kann auch nicht mein Zimmer sein. Um es anzugucken, vielleicht kann ich auch da was rein. Wow, der ist riesig. Ich glaube, der ist gut. Dann kriege ich nie wieder einen Eintraub. Bevor ich euch die Sachen zeige, die ich eingekauft habe, mache ich eine kleine Rumtour. Und ich zeige euch mein Zimmer, bevor es umgebaut wird. Also das wird jetzt nicht so viel umgebaut? Ha! Da oben wird sich aber viel verändern. Die CDs und den CD-Player brauche ich nicht mehr. Zum Geschichtenhörten benutze ich jetzt immer nur mein iPad. Kannst du es bitte runterbringen, Papi? Sei vorsichtig, Papi. Ja. Das ist ein tolles Video, wenn ich hier runterhole. Das sieht ja nicht spektakulär aus. Ich will aber nicht, dass du da runterfällst. Der Teppich, der ist auch viel zu klein. Da muss er auch nach unten. Oh, wie geht's? Vorsicht da unten! Der Nachttisch ist zu klein und zu flach. Also muss ich ihn auch ersetzen. Eine Geschichte, die höre ich sehr, sehr gerne. Mein Papi liest sie immer vor. Das Mädchen da ist Alana. Und es sind ganz tolle Geschichten. Eins, zwei, drei! Ha! Das hier kann ich auch in die Ecke rollen, glaube ich. Oder ich tue es runter. Ja, runter tun es besser. Aber ich werfe es nicht. Oh, da hat sich eine CD versteckt. Mal wieder nach unten bringen. Ich bin jetzt so doll aufgeregt. Ich habe so coole Sachen besorgt. Ihr werdet staunen und es sehen. Und werdet dann überrascht gucken. Los geht's! Los geht's! Als erstes zeige ich euch die tollen Kissen. Hier ist so ein Panda-Bär. Der ist echt flauschig. Ah! Hier habe ich noch ein schönes Einhorn. Und es ist so süß, so hübsch. Und hier ist sogar ein Sternchen. Und es ist auch seine Augen zu. Und hier ist noch so ein Kissen mit Sternen, Seesternen und einem Seepferd und eine Muschel. Hier ist noch eine Meerjungfrau mit einem Seestern und einer Muschel. Und hier so Bobbels. Und ein Zopf. Das erinnert mich immer an Clariel. Hier habe ich noch ein Streichkissen. Guck mal, die Farben so schön. Und das ist ein Seestern. Und hier sind noch so längliche mit Meerjungfrau drauf. Und ist schön glitzerig. Die Kissen räume ich alle in mein Bett, dass es richtig kuschelig wird. Aber ich habe noch mehr besorgt. Hier noch für mein Nachttischchen, dass ich es da rauf tun kann. Und diese Box habe ich auch gekauft. So schön. Ich zeige sie euch jetzt. Ein Einhorn-Deckel. So eine Schachtel, da kann man noch was rein tun. Aber sie ist auch hübsch zum Angucken. Und hier ist was ganz Tolles. Hier kann man seine Bilder dran machen. Und das finde ich echt cool. Dann kann ich immer meine Bastelsachen dran machen. Und hier ist auch so Gold auf. Das finde ich echt toll. Mein Teppich oben war viel zu klein. Deswegen habe ich jetzt einen neuen besorgt. Und den zeige ich euch jetzt. Er sieht wunderhübsch aus. Mein Teppich packe ich erst mal aus. Hier. Ein schönes Mandala-Bild ist das. Aber ich glaube, ich mache es lieber auf dem Fußboden. Da zeige ich es euch. Der ist richtig groß. Und wunderschön. Und zum Schluss habe ich noch einen neuen Tisch besorgt. Das ist die Tischplatte. Ist auch ein Mandala. Auch ganz schön. In Gold. Und das ist dann mein Tischchen. Ist echt schön mit dem ganzen Gold. Und ich fand ihn so schön, dass ich ihn mitgenommen habe. Jetzt kommt der wichtigste Moment. Wir bauen jetzt alles auf. Als erstes müsste ein Teppich aufgebaut werden. Der ist echt größer als mein erster. Jetzt mache ich den Tisch hier hin. Das war es. So sieht mein neuer Nachttisch aus. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich wollte dieses Flauschi-Bauschi auf meinen Nachttisch tun. Und jetzt habe ich alle Sachen schon mal drauf gemacht. Okay, nochmal umrollen. So soll er wirklich aussehen. Ist er nicht schön mit so Flauschi-Bauschi-Einhorn? Mit meiner Fernbedienung drin. Jetzt kommen noch die ganzen Kissen hier oben rein. Das nehme ich jetzt. Tada! Ich lasse mich ein bisschen einholen. Viele Stunden später. Puh! Ich kann nicht mehr. Hier sind so die flachen Kissen. Und hier sind so die Tiere. Und die Meerjungfrau. Ich finde es echt schön so. Hier habe ich ganz schöne Bilder gefunden. Und den möchte ich jetzt da aufhängen. Einmal, wo ich mit meinen Geschwistern in einem Boot sitze. Und hier ein Babyfuchs. Das ist schön, oder? Ich bin jetzt fertig. Hier ist jetzt viel mehr Platz. Oh nein, ich habe noch den Traumfänger vergessen. Wir haben nämlich noch eine tolle Sache gekauft. Ein riesiger Traumfänger. Hier ist mein Traumfänger. Wo muss er hin? Ah, da oben ist ein schöner Platz. Da! Über den Glas, da können wir es ausprobieren. Du sagst, wie es aussieht, ja? Okay. Okay. Warte, warte, warte. Ähm... Ich glaube... Ich glaube... Hm... Hm... Ist das gut aus? Ich kann es nicht sehen. Äh... Ich weiß nicht. Ach, lieber nicht. Nein, das nehme ich nicht. Das sieht ein bisschen schräg aus. Hallo. Ich möchte das nicht. Gut. Okay, dann hier nochmal. Mhm. Ich zeige es dir und du sagst mir, ob es gut aussieht, ja? Ich hätte natürlich den Ast ja abgemacht. Ja, aber ich möchte ja nicht. Ja, ich habe verstanden, dass du das weniger hübsch findest. Das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich da hinkomme. Hallo, Leben. So, jetzt müssen wir einmal hier sägen. Wo ist die Säge? Wozu diesen riesigen Kampfstock? Ja, ich komme ja leider nicht da dran. Meine Arme sind zu kurz. Das heißt, ich muss eine Verlängerung von meinem Arm machen. So. Jetzt sind wir bereit, das Ding aufzuhängen. Ha, muss ich mal zeigen, deine verrückte Idee. Was? Meine verrückte Idee? Ich müsste doch auch ein... Ein Riesenhammer. Wieso, du holst das doch da nicht hoch? Hm. Hörst du auf? Ja, ich finde es schön. Ich auch. Viele Stunden später. Ich glaube, mir gefällt das so nicht. Ich glaube, ich häng's lieber hier hin, wo das Bild ist. Da muss ich es ja natürlich abnehmen. So sieht's hübsch aus. Wo kann das Bild hin? Hm. Ich glaube, das kann hier hin. Aber ich brauche einen guten Handwerker dafür. Und das finde ich selber. Welcher Magel ist wohl gut? Ich finde den hier ganz schön gut. Der ist lang. Jetzt ist er fertig. So ist es schön. Jetzt bin ich mit allem zufrieden. Und so sieht mein Zimmer jetzt aus. Das ist der Mandala-Teppich. Der ist wunderschön. Und hier habe ich noch ein kleines Tischchen mit Fell drauf. Und hier das Einhorn-Testchen, wo ich was reintun kann. Da habe ich meine Fernbedienung reingetan. Für meinen Ventilator. Hier habe ich die Bilder getauscht. Und hat es auch aufgehängt. Und jetzt finde ich es ganz schön. Hier habe ich noch eine Decke drauf gemacht, dass es hübscher aussieht. Und hier habe ich noch ganz viele schöne weiche Kissen. Das hat alles mit Meerjungfrauen zu tun. Außer das Einhorn und das Bärchen. Das sind ja Tiere. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!